Jetzt hat sich Nick entschlossen, alleine ins Studio zu gehen und Songs aufzunehmen und sich seiner großen Liebe der Rockmusik hinzugeben. Vor kurzem kam der 22-jährige Amerikaner nach Köln und stellte seinen Fans seine erste Single Help Me vor. Schon bei seiner Ankunft bei Viva musste er erstmal die zahlreichen Autogrammwünsche erfüllen. Danach ging es aber ab zu Interaktiv ins Studio. Ich gehe jetzt so interaktiv, um Help Me zu performen. Es ist das erste Mal, dass ich meine Single performe. Ich hoffe, ihr mögt sie. Es ist jetzt live. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und hier ist gleich aus der Greenland, Nick Carter. Die Fans waren absolut begeistert von seiner Debüt-Single und auch Nick hatte eine Menge Spaß. Danach ging es direkt weiter zum Viva-Interview. The Song Help Me ist eigentlich ein Song über mich selbst. Es geht darum, wie ich wirklich bin. In dem Song bittet eine Person eine andere um Hilfe, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Dieser Song hilft mir dahin zu kommen, wo ich immer hin wollte, und zwar zur Rockmusik. Mein Album wird auch in diesem Stil sein. Nicht Rock, sondern Rock-Pop. Aber Help Me ist einfach ein perfekter Song, da er mir die Türen öffnet, und zwar mit einem sehr leichten Weg. Mit seinem Debütalbum Now or Never hat sich Nick einen seiner größten Träume erfüllt. Nick wusste, wenn er jetzt nicht das macht, was er sich schon lange gewünscht hat, wäre das Album nie zustande gekommen. Dann hat er sich einen Ruck gegeben. Ich bin einfach ins Studio gegangen und habe alles aus mir rausgelassen, was ich wollte. Ich liebe Rockmusik, seitdem ich ein kleiner Junge bin, und nun hatte ich die Chance, ins Studio zu gehen und das zu machen, was ich wollte. Es hat mich nicht interessiert, was andere Leute denken. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Viel Freizeit bleibt dem durch Kurt Cobain inspirierten Amerikaner für andere Sachen nicht mehr. Allein in den letzten sieben Monaten hat er 37 Songs aufgenommen. Wenn er dann mal frei hat, weiß er, was er macht. Wenn ich frei habe, dann fahre ich mit meinem Boot raus. Ich liebe das Wasser über alles, und alles, was ich im Wasser tun kann, mache ich auch. Eines Tages werde ich mit meinem Boot raus, aufs Meer fahren und nicht mehr wiederkommen. Ich liebe das Meer. Das wird zwar noch etwas dauern, bis es soweit ist, aber dann werde ich ein Pirat sein. Ein alter Pirat. Ich kenne dich so. In meinem jeden Traum, du bist da für mich. Nach dem Interview ging es für Nick weiter zur Fan-Pressekonferenz. Alles klar. Auch hier warteten seine Fans schon ungeduldig auf seine Ankunft. Für die Fan-Pressekonferenz hatte Viva in den letzten Wochen Karten verlost. Hier durften seine Fans Fragen stellen, die Nick auch alle beantwortete. Danach sang er sogar noch Help Me Unplugged mit Unterstützung von seinem Gitarristen Dave. Meine deutschen Fans waren von Anfang an mit dabei. Meiner Meinung nach sind sie die besten Fans auf der ganzen Welt. So, das war's. Es war eine tolle Erfahrung hier. Echt super. Ich kann es kaum noch abwarten, wiederzukommen, um hier für euch aufzutreten. Ich liebe euch und hoffe, dass euch Help Me gefällt. os Kadone наконец. this year it 살짝 in here it starts in my persistency es nicht zurücksitch es24 ід